In dieser Lektion zeige ich Ihnen, wie Sie Musik von einer Audio-CD auf den PC kopieren können. In Pinnacle Studio 14 gibt es eine Funktion, wie Sie Audiodaten von einer Audio-CD auf den PC in ein Projekt direkt kopieren können. In dieser Lektion möchte ich Ihnen aber ein anderes Vorgehen zeigen. Und zwar zeige ich Ihnen eine kleine Software, die Sie kostenlos aus dem Internet auf Ihren PC herunterladen und installieren können. Wenn Sie eine Audio-CD im PC eingelegt haben, dann können Sie diese am PC zwar anhören, aber die einzelnen Lieder nicht direkt von der CD auf den PC kopieren. Öffnen Sie den Internet Explorer oder einen anderen Webbrowser, um ins Internet zu gelangen. Gehen Sie auf folgende Webseite www.audio-gröber.de mit 2b geschrieben. Auf dieser Homepage können Sie den Audio-Gräber herunterladen. Klicken Sie dazu einfach auf diesen Link und klicken Sie dann auf den oberen Link und speichern die Datei auf dem PC, zum Beispiel auf dem Desktop. Der Download benötigt in der Regel wenige Sekunden. Minimieren Sie dann den Internet Explorer. Auf dem Desktop sehen Sie nun die heruntergeladene Datei. Die Installation ist sehr einfach. Doppelklicken Sie einfach auf diese Datei und wählen Sie Ausführen, um das Programm zu installieren. Wählen Sie die Sprache, in der später die Software erscheinen soll. Und folgen Sie dann den Anweisungen des Installationsprogrammes. Hier wird gefragt, wohin das Programm auf dem PC installiert werden soll. Belassen Sie diese Vorgabe einfach. Klicken Sie hier das Hacken weg, eBay Toolbar installieren. Dabei handelt es sich um ein Plugin des Internet Explorers, hat aber mit dem Programm, das wir installieren möchten, nichts zu tun. Die Installation wird fertiggestellt. Sie erhalten nun ein kleines Symbol auf dem Desktop. Diese Datei können Sie nun in den Papierkorb legen und löschen. Bevor wir mit dem Kopieren von Musik beginnen, laden wir etwas weiteres vom Internet herunter, und zwar von der audiograber.de-Seite. Hier gibt es das Lame MP3 Plugin für Audiograber. Klicken Sie darauf und eine neue Seite öffnet sich. Klicken Sie dann auf Lame Plugin hier herunterladen. Dieses Plugin wird benötigt, wenn Sie später dann mit dem Audiograber MP3 Dateien erstellen möchten. Sie können nun den Webbrowser schliessen. Sie haben nun die Datei Lame Plugin Exe. Führen Sie diese ebenfalls aus und wählen Sie dann die Sprache. Wenn Sie zuvor dieses Verzeichnis gewählt haben, um Audiograber zu installieren, dann wählen Sie hier das gleiche Verzeichnis, da das Plugin in das gleiche Verzeichnis kopiert werden muss, wie die Installation von Audiograber. Sagen Sie auch hier Nein, damit diese zusätzlichen Sachen nicht auf Ihrem PC installiert werden. Nun können Sie auch diese Datei löschen. Starten Sie nun Audiograber, indem Sie doppelt auf das Symbol klicken. Wenn eine Audio-CD in ein Laufwerk eingelegt ist, dann wird dieses automatisch aufgelistet. Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, Audio auf dem PC zu kopieren. Sie sehen jeweils den Track 1, das bedeutet, das ist das Lied Nummer 1, Länge in Minuten und die Dateigrösse auf der CD. Sie können nun die Musik im WAVE-Format oder MP3-Format auf dem PC kopieren. Dazu müssen Sie aber noch einige Einstellungen vornehmen. Der Unterschied liegt darin, eine WAVE-Datei ist in originaler CD-Qualität dann später auf dem PC verfügbar. Bei einer MP3-Datei handelt es um komprimierte Daten, die ca. einen Zehntel des Speicherplatzes einer WAVE-Datei benötigen. Allerdings sind diese Daten nicht mehr in der gleichen Qualität verfügbar. Wenn Sie eine ganze CD auf dem PC kopieren möchten im WAVE-Format, dann benötigen Sie ca. 700 MB an Speicherplatz auf einer Festplatte. Wenn Sie dies im MP3-Format tun, dann benötigen Sie ca. 70 MB. Bevor Sie mit dem Übertragen von Musik auf den PC beginnen, zeige ich Ihnen, welche Einstellungen Sie kurz vornehmen müssen. Klicken Sie dazu einmal auf Optionen. Hier können Sie den Zielordner der Musik auswählen. Wenn Sie also Musik auf den PC übertragen, dann wird diese im Ordner C, Users, Video, Musik gespeichert. Bei mir, bei diesem PC, handelt es sich um diesen Ordner. Bei Ihnen wird dieser Ordner etwas anders aussehen. Wenn Sie den Zielort ändern möchten, dann klicken Sie einfach hier auf dieses Symbol und wählen einen bestehenden Ordner auf der Festplatte aus. Wichtig dabei ist einfach, dass Sie wissen, wohin die Musik geht, wo Sie diese dann holen müssen, um ins Studio weiter zu verarbeiten. Ich belasse diesen Zielordner einmal so, da ich hier vielleicht ein Musikarchiv erstellen möchte und alle Musik in dieses Verzeichnis kopieren möchte. Dann können Sie noch angeben, in welche Qualität die Musik übertragen wird. Klicken Sie dazu auf das Symbol MP3. Wie Sie sehen, können Sie hier angeben, in welchem Format die Datei auf den PC übertragen wird. Wählen Sie Wave-Datei aus oder wählen Sie MP3-Datei aus. Sie sehen, dass zuerst eine Wave-Datei erstellt wird und in einem zweiten Schritt die Wave-Datei in ein MP3 umgewandelt wird. Wichtig dabei ist, dass Sie hier unten den richtigen Encoder auswählen. Wenn Sie zum Beispiel Lame-Enc-DLL-Version wählen, dann ist dies das zweite Plugin, das wir installiert haben. Achten Sie darauf, dass Sie keine Ogg-Worbis erstellen, da dieses Dateiformat später von Studio nicht mehr gelesen werden kann. Ich wähle das Wave-Dateiformat, um noch bessere Qualität zu erhalten. Den Rest können Sie belassen, wie es ist. Nun können Sie auswählen, welches Musikstück Sie auf den PC übertragen möchten. Indem Sie einfach hier die Häken setzen für die Titel, die dann später übertragen werden sollen. Wenn Sie dieses Symbol wählen, dann werden alle Häken entfernt. Wenn Sie dieses wählen, werden alle Häken gesetzt. Eine weitere Funktion von Autograber besteht darin, dass die CD bereits schon einmal von einer Person auf einem PC eingelesen wurde und die einzelnen Titel und der Name der CD im Internet verfügbar ist. Sie können diese Informationen abrufen, wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist. Klicken Sie einfach auf dieses kleine Penguin-Symbol und danach wird im Internet gesucht, ob es diese CD bereits schon gibt. Wie Sie sehen, wurde diese erkannt. Der Interpret ist Blue Valley und das Album heisst 27B. Nun sehen Sie, dass jedes Musikstück einen eigenen Titel erhalten hat. Somit müssen Sie diese Information nicht mehr selber von Hand eingeben. Nun wähle ich zum Beispiel das zweite Lied, das ich auf den PC übertragen möchte. Und vielleicht noch das dritte. Um die Daten nun auf den PC zu übertragen, klicken Sie auf das Symbolgräben. Ein neues Fenster wird geöffnet und die Daten werden nun von der CD auf den PC übertragen im gewählten Dateiformat. Je nach Länge des Liedes kann dies etwas länger dauern. In der Regel dauert es aber pro Lied nur wenige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, schliesst sich dieses Fenster wieder. Nun können Sie Autogräber beenden. Ich schaue einmal auf der Festplatte, wo diese Lieder gespeichert wurden. Und zwar, wenn Sie den Standard Windows Audio Ordner auswählen, können Sie einfach auf Windows Start und dann Musik klicken. Wenn Sie nicht diesen Ordner gewählt haben, dann gehen Sie über Arbeitsplatz oder Computer und wählen den entsprechenden Ordner auf der Festplatte aus. Wie Sie nun sehen, sind diese Musikstücke auf dem PC übertragen. Und zwar hat es mir hier Blue Valley, Lied Nummer 2, November Cut, den Namen des Liedes als Dateinamen gewählt. Nun können Sie diese Daten mit Pinnacle Studio 14 weiterverarbeiten oder einfach auf dem PC anhören. So können Sie nun CD für CD einlesen, um Ihr CD-Archiv auf dem PC zu kopieren.